Die Arzt-Fitality-Trägerhölzer sind deine Lösung zur Behandlung von Schmerzpunkten. Dabei kannst du dir die Schmerzpunkte entweder selbst behandeln oder von jemand anderem behandeln lassen. Unseren Gedanken der Nachhaltigkeit verfolgen wir hier ganz konsequent. Die Produkte werden aus heimischem Buchenholz in Deutschland gedrechselt. Das Finish erfolgt in Werkstätten für behinderte Menschen. Alle verwendeten Materialien entsprechen den Richtlinien für die Produktion von Medizinprodukten und Spielzeugen. Die Arzt-Fitality-Trägerhölzer sehen somit nicht nur toll aus, sondern fühlen sich auf der Haut auch sehr gut an und sind gesundheitlich absolut unbedenklich. Der Aufkleber auf der Unterseite verhindert ein Wegrutschen des Produktes während der Anwendung. Mit einer Höhe von 7,5 cm und einem Durchmesser von 7 cm ist das Produkt sehr kompakt und passt perfekt auch in deine Sporttasche. Das Arzt-Fitality-Trägerholz ist in zwei Versionen erhältlich, nämlich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 2 cm. Damit hast du schon ordentlich Druck. Möchtest du aber eine höhere Intensität haben, nimmst du das Trägerholz Plus. Da hat die Spitze einen Durchmesser von 1 cm und kann somit tiefer in das Gewebe eindringen. Unsere Trägerhölzer tun dir gut. Sie sehen toll aus und sie sind nachhaltig. Du erhältst sie in unserem Shop. Schau dir auch weitere Filme zu unseren Produkten an, wenn du dich für das Thema Sport und Gesundheit interessierst. Abonniere sehr gerne unseren Kanal und hinterlasse uns ein Like oder Kommentare.